Hallo, mein Name ist Diana Möhlenkamp. Ich bin bei der Anwendungstechnik von SICKINS und ich möchte euch heute mal den großen Vorteil einer wasserverdünnbaren Lasur zeigen. Und zwar ist das die schnelle Trocknung der Beschichtungsoberfläche. Was zum einen negativ besetzt ist, ist hier ein deutlicher Vorteil. Wir können das Bauteil wieder schnell nutzen und wir haben bei ungünstigen Wettersituationen eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Und das möchte ich euch jetzt gerne in einem Video zeigen. Ich habe jetzt eine Profilholzfläche fertig gestrichen, beende meine Arbeit und wir warten eine Stunde ab und dann kommt der Regentest. Wir simulieren den Regen mit einer Sprühflasche, richtig kräftigen Regen, monsunartig. Und wir können wunderbar sehen, dass hier keine Lasur abtropft. Das sind alles die Regentropfen. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Beständigkeit auf der Oberfläche. Die Lasur ist schon auf der Oberfläche getrocknet. Die Oberfläche weist keine Milchigkeit auf und wir haben auch keine Pigmentauswaschung. Ja, ihr habt es gerade selber gesehen. Wir sind bereits nach einer Stunde regenfest. Wir haben da so viel Wasser auf die Oberfläche drauf gemacht und kein Abtropfen der Lasur. Wirklich wunderbar. Wir können das Bauteil super schnell wieder nutzen. Für mich ist das ein echter Vorteil von wasserverdünnbaren Lasuren.